Herkules feiert Geburtstag. Vor 20 Jahren hat das Bundesheer die erste C-130 Herkules in Österreich empfangen. Insgesamt besitzt Österreich drei dieser Transportflugzeuge. Seit der Einführung der C-130 in Österreich wurden insgesamt 17.000 Flugstunden erfolgreich absolviert. Das teilte das Verteidigungsministerium am Freitag in einer Aussendung anlässlich eines Festakts am Flieger Horst Vogler in Hörschnigg mit. Die Herkules, die damals gebraucht von der Royal Air Force aus Großbritannien kamen, wird beispielsweise für Auslandsevakuierungen eingesetzt. So brachte die Maschine etwa während der Covid-19-Pandemie 15 Patienten zurück nach Österreich. Auf die Cruise sei in jeder Situation Verlass, betonte Verteidigungsministerin Claudia Tanner in dieser Aussendung. Wir sind durch unser eigenes Lufttransportsystem selbstständig in der Lage, österreichische Bürger oder Soldaten aus Krisengebieten sicher heimzuholen. Die C-130 sei aber auch in der Versorgung der österreichischen Auslandskontingente unverzichtbar. Der Kommandant der Luftstreitkräfte, Brigadier Gerfried Bromberger, betonte in seiner Ansprache ebenfalls vor allem die Notwendigkeit einer eigenen und damit unabhängigen Lufttransportfähigkeit, besonders im Zusammenhang mit den Auslandseinsätzen des Bundesheeres. Das Transportsystem C-130 Herkules nähert sich nun allerdings dem Ende seiner Nutzungsphase zu und soll nach einer Gesamtbetriebzeit von über 55 Jahren in den nächsten Jahren außer Dienst gestellt werden. Eine Entscheidung über die Nachfolge hat die Verteidigungsministerin bisher noch nicht bekannt gegeben.